Herzlich Willkommen zu einem weiteren Let's Play mit dem Herrn Vega. Ich sage es gleich, ich habe es ihm schon gesagt, ich sage es lieber noch mal. Ich habe meine zwei Ziele vom Let's Play erreicht. Er spielt mit! Halt die Klappe! Weil Leverkusen nicht ist Rumänien. Ja, ich wollte, dass die Chinesen weiterkommen, zumindest eine Runde weiter. Habe ich geschafft beim vorletzten Part. Und ich wollte, dass Ronaldo komplett rausfliegt, habe ich auch geschafft. Ich weiß, ich kriege jetzt Hate ohne End wahrscheinlich, wegen dem Scheiß. Aber wie gesagt, alle hassen Reigns, also alle haben früher Reigns gehasst, weil das so gepusht wurde. Ronaldo ist auch so theoretisch der Reigns von... FIFA! Und ja. Willst du bitte schießen? Er schießt nicht. Ja, kaputt. Okay. Ja, dann GG. Und ich will mein Ziel jetzt erreichen. Und das wäre? Mehr Rücken rauszuholen. Achso, okay. Hallo! Danke! Wollte schon sagen, was passiert? Alter, ich dachte schon, ey. Warum dauert das so lange mit der Scheiß 1? Ja, drück meine Knöpfe. Drück sie, drück sie. Reiß dir deinen Arm aus. Ich schwör es dir. Hört ihr das? Das ist der Beweis, dass er mal den Knöpfe drückt. Jetzt drück weiter. Alter, ey. Das ging aber jetzt ein bisschen sehr flott. Da wundert mich gerade ein bisschen. Aber recht ist mir. Ich glaube, jetzt nach 10.000 Parts bin ich mal drin im Game. Ich habe echt keinen Plan, in welcher Part das jetzt ist, die Zahl. Also, pff. Von daher. G-fucking G. Ja, genau! Verarsche! Wer kein Affengesicht hat oder was? Da gibt's keine Weihre. Bro! Das war egal. Das war einfach nicht. Ja! Ich fang nur noch Gucci! Ich fang nur noch Gucci! Ich fang nur noch Gucci! Ich trage... Gucci? Wtf. ja ich will aber ich hab grad viel platz war mein gott wenn der drin gewesen ich hätte weiß ich nicht was getan das glaube ich dass ich dann nur noch gut ich trage nur noch gut sie gett du gett du gucci gucci gett gucci ja komm weil interessiert interessiert nicht dass ich wollte das tor am ansehen fast gedrückt ja schon macht er macht nur über dem auge auto körper ein schöner polster da wollte ich jetzt hin ernsthaft wirklich machen sollen die bei leberkusener nehmen und dann oh mein gott alles war ja gg du ja gut und sonstiges bis auf zeit alles klar ich hab sein tor war spiel auf zeit das wisst ihr wieder mal leute ja ich hab eigentlich glaubt dass jetzt mal eines bei dir herumläuft dass es nicht gilt aber ist mit sich denn auch ich wollte ich wollte die die nicht mehr und Alter! Nix! Bratan, alter Bratan! Was war denn jetzt schon wieder? Abseits? Oh mein Gott, ernsthaft? Oder vor? Das kann ich mir eher vorstellen, von der beim Dutz. Mein Sinn wird noch nicht erfüllt, leider. Ja, ich habe es gesehen, weil die Dutz die Hand gehoben haben. Und wieder das Thema. Das muss ich mal wieder gewinnen. Ach! Deine Ziele werden immer erfüllt, aber meine... Ja, komm. Den gönne ich dir, den Sieg. Ähm... Ja! Was hätte ich gesagt, den Sieg? Das Tor würde ich dir eigentlich gönnen, aber okay. Egal, passt schon. Der greift da ab, ich hätte eine Chance. Ich kriege den Lack ab. Vielleicht ist der auch noch nicht bereit. Formiert? Nee, die läuft sicher, weil ich habe nichts mit Videoclip gesehen. Gesehen, irgendein Scheiß. Passt gar nicht auf die Dekammer. Und das hört man auch. Ich habe da keine Sorge. Hohoho! Ja, genau! Ja, genau! Alter, willst du mich holen oder was? Die Lumena scheiden leider aus. Ja, passiert halt. Ich habe jetzt hier gar nichts. Aber Ihnen werden seine Ziele immer erfüllt, weil er schummelt. Ja, ich schon mal wieder. Das, nein, ich... Was mit Wenler, was du denn? Die YouTube hört, dann seh ich nicht mehr. Wenn die Aufnahme raus ist. Nein! Hand. Ja, genau! Ich habe bis jetzt noch nie Hand gehabt, glaube ich, in dem Game. Ich glaube, beim 16 hatte ich einmal oder zweimal Hand, seitdem ich das gespielt habe. Sonst noch nie. Irgendwo. Man kann das ja auch stellen. Ich glaube, das ist sogar ausgestellt bei mir, also daher. Nein. Nein, Hand ist nicht ausgestellt. Ja, weiß. Ich habe es eingestellt. Und du es warst sogar eingestellt. Fuck you! Du machst echt auf das Risiko immer, oder was? Ja, genau. Ja, den kriegst du. Ja! Zwei, eins! Ja, ja, ja! 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 Ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, ja! Ja, 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 yeah, yeah! Also, ich würde mich wegen dem 2 zu 1 nicht vor, also, ich. Aber, ok. Ninja, das ist aber so, wie ich jetzt den 2 zu 2 mache. Ich würde mich wegen dem 2 zu 1 nicht, weil du ja kennst mich, wie du, du, ich sage 2 zu 1, es bringt mir. ja aua ja ich weiß warum wo immer das war gar nichts tiefe logica ja alle die tunnen ja 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 krank was machst du was tue ich denn das ist sowas von lame klatsch dusch ist auch zu ob und zu zurück nicht immer ab und zu aber da fiel ich nicht gar nichts zieh es rein wenn du willst ist das ein elfer? ja als ob hättest du ihn einschießen können ja ich weiß du ich aber nicht hättest du 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 wach wach ne wach lach du haltest du und da soll doch das weiß kam da mache ich alter der hund ist ja unglaublich alter das war jetzt kam jetzt aber auch genau gesehen dass meine tasche ich würde auch so eine scheiße nicht drücken ja genau alter schwede leider ist dann ja genau gut ich kann nur noch gut sie kann nicht auf meine taste drücken denn das nicht ich komme nicht mal dazu die tasten drücken so genug stress habe wie wir alle wissen habe ich gewonnen und wenn habe ich jetzt rausgehauen mit rumänien ach so okay cool bei lehrt ich hab alter ich hab drei älter schwede drei letzten so muss ich da warum nicht gleich so ich brauche ich 5.000 baster sie meint das scheiß game reinkommen alter wir haben es beim nächsten mal ciao